Was? Haben wir jetzt Feuer getroffen? Ja, hab ich mal damit umgegangen. Wann hin? Ja, oder mehr geht außen rum, das geht natürlich auch. Aber jetzt haben sie ihn überall. Ja, noch Roboter? Ja, ich bin sehr. Woh, 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 woh. Woh, 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 woh. Woh, woh, woh. Woh, woh. Alles Gute kommt von oben an. Müssen wir aufpassen, dass uns die Kampoten sind. So, ja. Wir müssen ja alleine von den Booten rennen, die wollen alle mitnehmen. Oh, ich bin da drauf. Ja, alles reinpannend. Woüber und? Bist du schnell kaputt, das Ding? Oh, wie riesig ist das hier schon jetzt, ey? Oh, wie schaffe ich von allen Seiten abgeschossen, ey? Blaues hätten Lebensanzeige, oder? Okay, da habe ich schon die Hälfte, ja. Ja, ich kann hier überall genügend blaue Hälfte aussehen. Ich sammle gar nichts vor, ich kann nicht wegnehmen. Ich werde in. Ich werde zu spawnen. Ich will nicht schon wieder fliegen. Ich werde auch so nehmen, ich muss nicht wegnehmen. Oh, kann ich nicht schießen? Das große Schiff können wir nicht kaputt machen. Oh, mir wacht es so. Wo ist das große Schiff, Kenzie? Aber das macht uns auch nichts. Wo ist das große Schiff, Kenzie? Ich bin nicht sicher. Schutz das Schiff! Du kannst nicht helfen, Matt. Oh, das ist ja... Oh, das ist ja... Und wieder umfliegen, ne? Du hast es verloren. Ich bin in front of a passageway. Ich brauche eine Minute, um die Tür zu öffnen. Uh oh. Okay, get ready. Schau das Panel an der leften. Was ist das, Kinsey? Ich meine, das Recht! Das Recht! Kinsey! Entschuldigung, ich bin den anderen Weg! Hm. Ja? Hä? Ach so. Ja, ich würde gerade sagen, Leute, ich glaube bei mir stürzt gleich das Spiel ab, weil der Ton weg war. Ich will nicht so nötig sein, aber ich habe nur ein Kapitelschiff gebrochen. Du denkst, jemand könnte mir zumindest einen High Five geben geben. Du musst hier schauen. Ein Flugzeug? Warum würde Zinyak einen dieser zu bauen? Wir sind in tiefem Raum. Es muss noch ein anderes Präsenz sein. Wer hat die Idee von Hölle auf einem Flugzeug gebrochen? Ich, Shandy und... Oh mein Gott. Johnny ist hier. Boss, Johnny ist tot. Wer wäre sonst in einem Flugzeug gebrochen? Shandy? Es war ein Leben-Divine-Moment für sie. Das ist die einzige, die Sinn macht. Du bist falsch. Ich glaube, sie macht viel Geld. Sie ist falsch. Find out, woher das ist. Wir bekommen meinen besten Freund. Zwei Jahre alt. Mad ist wieder da. Ah, Geld! Oh, okay. 22... Oh, Mad ist hier... 22. Oh. Mad ist hier. Ne, Mad Miller ist wieder da. Ja, dass Mad Miller ist wieder da. Ja, Alter, Mad Miller. Yeah. das sind jetzt die aufträge die aufträge müssen wir machen das war alle machen nackt muss nicht sein ja gut wir müssen jetzt machen wir müssen bis zum ende hin gemacht haben sieben aufbauen sieben stück haben wir nicht voll die müssen wir machen alle anderen sind egal aber die müssen wir die realitätsaufträge müssen das richtige ändern 23.000 für stündliche überweisung von 1000 bonus heckenbelohnung müssen das hört sich gut an das habe ich schon nur jetzt nur einmal unter dem drunter da haben wir schon über geld ausdauer erhöhen braucht uns nicht mehr bekanntheit schnelles sinken ich warte hier so ein bisschen kalt kinsie ist kalt was zittert es ist kalt wissen du loyalität nightfall gateway der schwur mehr als ein safe christmas zu den belohnungssocken und unterwäsche wo denn ich stehe hier auf dem schiff bei den verbindungskommeln schießt direkt vor dir sie verarschen nein du stehst hier nicht direkt vor mir verarscht mich doch nicht schweizhaft jetzt ja genau nicht ja du du läufst jetzt du läufst gerade ein bisschen sinnlos durch den raum stell dich mal hier in die tür da stehst du nicht ja die tür bleibt zwar offen aber du bist da nicht nein du stehst du direkt vor dir nein ich stehe direkt ich stehe ich lauf dir jetzt gerade hinterher so jetzt stehe ich direkt vor dir du bist da nicht wie offen doch so jetzt jetzt ja du musst mich sehen natürlich bin ich da das spiel backt wieder rum hä was war jetzt aufgaben start ach so aufgaben start wir sind noch nicht fertig hä du bist bei mir wieder 3000 km entfernt noch mal nein aber ich habe gerade ausgenommen gleich prozent jetzt mache ich schon dann würde es nochmal f1 komm schon wow kann ich ihn den blast nicht sofort wieder einsetzen verstehe ich nicht ich sehe dich ja nicht mehr du bist bei mir 3000 km entfernt das ist so sinnlos ich weiß ich weiß genau 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 ja ich sehe ich ja du machst ihn grad ich muss gar nichts machen ich mach ihn platt los wenn du jetzt mal wieder herkommen du bist immer noch 3.000 km entfernt was ist jetzt los 3.600 ja ich weiß aber du bist da hinten ja ich stehe jetzt neben dir ich stehe jetzt neben dir ein anderes trainungsprogramm für dich stampfer freigeschalten geil du bist vierte hier benutze das um zu testen diese stampft also ich schlafe meinen Fuß runter ha 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 Ah. Gehen wir mal. Jetzt bist du da, du bist kein... Und das ist dann das, was man noch weiter ausbauen kann. Jetzt stehst du hier. Jetzt, jetzt bist du wieder da. Ist das ein anderes, das hidden Cluster-Dingies? Ja, Stomp sollte die Cluster poppen. Hallo. Hier, versuch es, um die Schäden zu den Wardens schützen. Der Maul. Der ist in einste Teile geplatzt. Und zurück. Der Wächterstampfer geschafft. Ja, da haben wir 22 immer noch und den Stampfer freigeschalten und das Element Felsen freigeschalten. Das ist halt auch noch ein bisschen, so wie es aussieht. Ähm. Jetzt knallt's! Hä, oh Gott. Ich will nicht worry, jeder verliert mich. Irgendwann kann man den dann ausbauen, wenn man dann so runterjumpft, dann kann man da irgendwie so einen Atomschlag machen. Also macht man einfach mal hier im Umkreis von Pauern, dann ist alles kaputt. Nur ein bisschen steckt. Ja, umgeführt so. Ja, nur noch, nur noch ein bisschen schlimmer. Das ist eigentlich richtig praktisch, also in dem Ding ist dann einfach gar nichts mehr, da fährt kein Auto mehr, gar nichts. Glaube ich, ich weiß es nicht mehr so genau. Es ist aber auf jeden Fall krass, es hat Spaß gemacht, das zu benutzen. Was ich jetzt aber sagen muss, wir müssen jetzt leider Schluss machen. Dass jetzt schon wieder Zeit ist. Warum? Also, ich muss wieder schütteln. Die Zeit ist um. Oh. Achso. Ja. Musst du wieder arbeiten, oder was? Echt jetzt? Ist ja scheiße. Das ist blöd. Aber es muss sein. Ja, he he. Ja, schade. Aber gut. Ja, jetzt muss man aufhören, wenn es am schönsten ist, ne? Jetzt hoch! Ja, gut dann. Man, dieses scheiß Däscher-Nerven. Ich hole mir hier noch schnell. Ich komme nicht aufs Dach. Alter, hier sind viele Datensammlungen, die man sich gerade mal holen kann. Oh, wir sind halt. Es waren gerade viermal drei Stück, glaube ich. Naja. Ich glaube auch nicht, hä? Ne, da ist ich noch. Hey, Mist. Hm. Ja, gut, ne? Dann komm her, oder... Warte mal. Wofür nach uns? Hä? Ähm, hallo? Mein Spiel hat gerade irgendwie nicht mehr reagiert. Also ich wollte mich gerade umschauen, aber die Maus ist nicht gegangen. Jetzt wollte ich schon sagen, meine Batterie ist leer, aber ich benutze ja schon seit lange keine Funkmaus mehr. Ich bin jetzt nur nach Funkmaise. Ich bin jetzt nur nach Funkmaise. Hä? Ja, war ja bei meiner, bei meiner Funkmaus ist ja das Mausrad kaputt. Und das hat mich so abgefuckt, dass ich die irgendwann ausrangiert habe. Eigentlich schade drum, eigentlich habe ich die voll... Ja, wenn du dir neue kaufst, kauf dir die, die ich habe. Die beste Funkmaus. Ah, ich stehe eigentlich auf nix. Die bleiben stehen. Gut. Warte, 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 warte. Jetzt stehe ich auf nix. Bei mir fällst du die ganze Zeit runter. Nee, jetzt nicht mehr. Gerade eben bist du irgendwie so zweimal runtergefallen. Ich stehe auf nix. Okay. Jetzt fällst du die ganze Zeit runter. Dann... Wie dumm, dass das aussieht. Dann bist du zur nächsten Folge. In Centro 4. Jo, tschau. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020